Da haben wir Husti mit der 23, der Mann, der bis zum Winter bei Hannover 96 war. Er wechselt natürlich auch immer wieder die Seiten, links und rechts wechselt er sich mit Dani ab. Vorsicht, die erste Gelegenheit und da drin ist der Ball 1 zu 0 für Zenit. Eine Minute, 35 Sekunden gespielt. Was für ein Auftakt für den Titelverteidiger, so viel zum Thema Kaltstart. Schwierig für Jens Lehmann, immer unglücklich, wenn der Ball so in die Mitte prallt, aber der Schuss von Semschow. Und dann ist es ausgerechnet Husti, der den Mund auch ziemlich weit aufgemacht hatte vor diesem Spiel. Aber jetzt bringt er den Beleg nach 90 Sekunden. Glück bei diesem abgefälschten Ball und dann für Lehmann aus der Distanz nicht zu kontrollieren. Und Husti mit dem Abpraller. Und dann ist es ausgerechnet Husti mit dem Abprall.